Ich habe mit meiner Tochter zusammen verschiedene Orte angeschaut und die Folge ist uns am familiärsten über den Kunden am besten gefallen. Meine Erwartungen sind, dass meine Tochter zufrieden ist, dass es ihr gefällt. Ich höre das von anderen Orten nicht so, aber die Folge hat von Anfang an schon gezeigt, das und das und das. So kommt sie weiter. Sie kommt immer nach Hause und erzählt und ich finde das super, dass sie so unterstützt wird vom Folge selber. Nachwuchsförderprogramm im dritten Lehrjahr finde ich super. Sie hat die Möglichkeit auch etwas daraus zu machen aus ihrer Lehrzeit und dann am Schluss natürlich auch etwas in den Händen zu haben, dass sie selbst eventuell Filialen übernehmen können. An einen Interessierten würde ich auf jeden Fall auf den Weg mitgeben. Geht den Laden anzuschauen, schaut euch ein wenig um. Es ist so familiär und das hat uns am meisten dabei gedrückt, dass man einfach da reinkommt und fühlt sich zu Hause. Ich bin froh, dass Jessica diesen Weg gewählt hat, dass sie verschiedene Sachen ist anzuschauen und dass sie sich schlussendlich auch entschieden hat, etwas Familiäres in Angriff zu nehmen und das hat unser Herz auf den Erfolg geschlagen. Ich bin froh, dass es das ja auch nicht so lange, sondern mir darauf geschaltet. Vielen Dank.